So, du hast von mir ein bisschen Geld gekriegt. Ähm, ich hab ja auch was überwiesen. Ich hab ja 3 Millionen überwiesen. Ja, du hast ja jetzt noch 5. Okay, ich pack's aber auf die Bank, Leute. Ich hab nur 3 Millionen. Ich suche einen Job. Ich weiß er nicht. Gestern war noch einer drauf, wo du weggegangen bist. Der wollte mir unbedingt einen Job andrehen. Der sagte, ich sollte alles stehen und liegen lassen und ihm helfen. Ich hab's immer gemacht. Ne, ich hab gesagt, wir haben grad was anderes zu tun. Schreibst du mal den Black-Dings da an? Dass er dich in eine Gruppe mit reinnimmt? Hange, warum stehst du so bei dem Heli? Den kannst du nicht fliegen. Ja, ist aber schön hier zu stehen. Das glaube ich wohl. Können wir jetzt mal bitte, Mädels? Das ist ja wahnsinnig. Ja, ja, aber du bist immer noch nicht in einer Gruppe. Ja, scheiß doch drauf. Oh, gelbe Kette. Du hast eine gelbe Kette. Geschlossen. Auf Wiedersehen, Daniel. Nein, jetzt ist es weg. Hab ich dir grad gebeamt? Ne, ich hab's ja nicht. Wisst ihr was? Ich raub die Bank aus. Ich brauch ein bisschen Taschengeld. Hast du Dynamit und hast du einen Bolzenschneider? Natürlich. Okay. Ja, das C4 hab ich ihn natürlich gekauft. Wenn ich mich jetzt auf mein anderes Profil umloggen würde, dann hätte er auch alles wieder. Kausst du mit dem ganzen Scheiß, was du kommst, kommst du auch wieder. Genau. Na, da hat er eh nicht eine Gruppe. Du kannst das ruhig machen. Ja, aber... Na gut, dann mach ich das mal eben. Oh ja, wir warten hier. Du kannst uns dann ja zur Hilfe rufen oder so. Ihr wisst schon, dass ich auch hier spawnen kann, ne? Ja, natürlich, weil dein Profil halt... Wenn er gleich nochmal zum Krankenhaus geht, irgendwas hab ich mit meiner Hand. Was hast du mit deiner Hand? Weiß ich nicht, der hat da so komisches Zeug drum gewickelt und da ist Blut dran. Hast du dich beim Liegestützen machen verringt? Ne, ich würde eher sagen, der hat so oft die Palme gewedelt. Das kann nur dir passieren, Eva. Liegestützen. Das war mit Drachenpalme, weißt du, mit Schneidemänner. Es gibt doch irgendwie so eine Tassenkommunation, dass der Lügestütze macht. Ich weiß bloß nicht, welche man da jetzt noch drücken sollte. Ah, jetzt hab ich vergessen. Ich falle Idiot. Ging eigentlich mit Shift und dann die Zahlen 1, 2, 3, 4, also, ne? Ich falle Idiot, Leute. Ich hab vergessen, auch ein anderes Profil zu loggen. Geht nicht auf jeden Zerber. Da ist er ja wieder. Ja, ich hab... Äh, Meile, du hast bei mir obenrum nichts an. Das ist gut so. Also nur das schwarz-rote Zeug. Ja, siehst du, genauso wie du einmal rumgelaufen bist. Müsste ich die Klamotten einmal aus und wieder anziehen, tue ich aber nicht. Ja, Nekro bei mir auch. Ja, lass dich da drauf, weil du schlechte Augen hast. Kannst die Farben nicht untersuchen. Ich hab wunderschöne Augen. Ach was. Ja, wie nur Augen wahrscheinlich. Oh, na warte, hoffentlich werdet ihr dazu gerufen, dann schluss ich euch ab, ey. Ich hab ja ehrlich gesagt, dass du uns anheuerst, um dir zu helfen. Ja klar, dann kriegst du noch Geld für. Kommt drauf an, weil es schneller ist, ne? Warum kriegen wir denn, so sollen wir denn da Geld für kriegen? Wir tun so, als würden wir Geld kriegen, das stimmt. Wir kriegen das Geld ja trotzdem, weil du das ja verdienst. Oh, ja. Okay, Olaf verbindet. Na, wer ist das wohl? Was, Olaf? Ja. Wer ist denn das? Ja, weiß ich nicht. Ich brauch Geld. Ja, dann tu doch das, was du vorhattest. Ja, mach ich auch. Nekro, ich engagiere mich, dass du mitfälligst. Hassan ist aber wichtig als Cop gemeldet. Ja, ist er aber schuld. Soll ich Hassan schreiben, du bist Olaf? Das wär uncool. Ey, ich kann nicht mehr rennen. Ey, vielleicht kommt der ja, das wär ja geil. Kannst du gleich die Rache geben? Ähm. Alter, hast du in die Hose gemacht oder so? Ne, Doppelschrift hilft nicht. Äh, linke Maustaste, äh, rechte Maustaste öfters drücken, hast du deswegen? Ne. Also, du visierst die ganze Zeit, oder? Oder hast du Strong und S oder sowas gedrückt, hast du, oder C, dass du langsamer gelaufen bist oder sowas? Ne, C hilft auch grad nichts. Ne, ich bin, glaub ich, einfach nur erschöpft. Glaub, ich muss was essen und trinken. Geht's mit dem Red Bull, das war halt Flügel. Oh, dann lauf ich halt ein bisschen langsamer, wird's halt. Alter. Ne, der ist einfach nur aus der Puste. Ja, das hörst du, glaub ich, wenn du in die Ego gehst, ne? Das eratmet ganz derbe. Ja, ja, aber richtig. Du brauchst einen Red Bull, hast du keinen Red Bull? Ja, auch wieder mit der Waffel wackelt. Ne, ich auch keins. Na, warte mal und bleib mal stehen, dann gebe ich dir... Weil ich weiß, ich beim Händler bin. Gebe ich dir halt mal den Olaf, einmal geben. So, jetzt hast du einen Red Bull, jetzt kannst du auch wieder laufen. Äh, ich trage zu viel mit mir rum. Warte, äh, Apfel benutzen. Wasser benutzen. Was hast du denn alles bei mir, verdammt? Ey, ich hab... Ich merk grad, ich hab kein Kabelbinder mehr. Und kein Bolzenschneider. Hast du mir jetzt gegeben? Ne, hast du nicht. Ne, hab ich jetzt noch nicht gegeben. Du brauchst aber... Du brauchst ein Bolzenschneider, hast du noch zu viel. Du trägst Gegenstände zu viel mit dir. Entferne ein paar Items, dann kannst du wieder rennen. Achso, du bist zu voll. Ähm, hast du noch zu viel bei dir? Ne, aber ich schmeiß einfach alles, was ich hab in Heli. Alter, bin ich überladen, ey. Ich glaub, ich... Ja, Mann. So, dann noch Tee. Dann hier. Oh, Jan. Ja, das ist kein Wunder. War schon besser. Milo, kannst du mal rennen? Und, ähm, Bolzenschneider und Dynamit kaufen? Ja. Danke. Hä, hä, hä. Oh, alter Schwede. Hast du das gekauft, Daniel? Hm, was ist auch ein Hasenfleisch. Genau das, was wir nicht brauchen. Ach, ja. Dann brauchen wir wieder über 6 Millionen abbuchen. Puh. So, dann brauchen wir... Deko rennt hier rum, macht hier Ausdauerübungen. Ja, sie probiert die Tastenkombination alles. Boah, bin ich hart erschöpft, ey. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es endlich losgeht. So, wie es eben so ist, Ivan. Spannend dieser gelbe Punkt, oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob man da drauf schießen könnte oder ob er dann kaputt ist, aber ich glaube nicht. Mir passiert nichts. So, dann mal schnell wieder zu Düngeblei in Ivan hinlaufen. Wo ist er denn? Wo ist denn der Kenny hier? Deine Ahnung, der gehört nicht zu uns. Ähm, altes Security. Oh, das war ein Admin. Der hat sich geportet. Ach, dann ist das egal. Die machen nicht viel. So, ich hoffe, das kann ich dir jetzt geben. Warte, was? Du hast nicht genug Platz. Sicher? Ja, steht da. Du wolltest Olof C4 geben, aber er hat keinen Platz in seinen Wendern. Ja, dann gib mir nochmal. Okay, jetzt hast du einen Bolzenschneider. Okay. Oh, das habe ich Niko Ratte gegeben. Ich habe dir, glaube ich, einen Bolzenschneider gegeben. Nee, ich habe den Bolzenschneider. Nee, ich habe nichts. Okay, danke. Dann werden wir dann überlegen, ob ich Olaf den Rucksack gebe, den großen. Alter, wenn der jetzt seinen Heli rausholt. Das C4 ist weg. Ähm, Niko, hast du mit Z? Z kann ich machen, glaube ich, aber nichts zu tun. Soll da C4 drinstehen oder so? Nee, Rebellentraining. Oh, nee, jetzt steht das hier. Jetzt steht er auch immer hier wieder drin, da oben. Hast du jetzt genug Platz? Ich denke. Nee, hast du nicht. Echt nicht? Nein. Du wolltest es Olafs Sprengstoff geben, aber er hat keinen Platz in seinem Inventar. So, jetzt versuchen wir nochmal. Er hat nicht genug Platz in seinem Inventar. Ja, da muss ich immer wieder das Z-Menü dicht machen, weil das immer... Hier, hör mal den, dann hast du ein bisschen Platz. Okay. Kannst du wieder nicht geben. Jetzt aber. Wieso hast du eigentlich keinen Rucksack? Jetzt mal voll im Ernst. Weil das cooler aussah. Sind wir wieder bei der Sache angelangt. So, jetzt hast du C4 bekommen. Cool. Yeah. Genial, jetzt kannst du endlich losgehen. Boah, kann ich nicht laufen. So, dann zum Gefängnis. Äh, nicht Gefängnis, ja Staatsbank. Leo fährt mit dir. Nekro fliegt mit mir, glaube ich. Ja, ich sitze drin. Also ich kann auch hinterher kommen. Ihr dürft auch gerne mitkommen. Es ist ja offensichtlich nicht, dass wir da hinkommen dann. Cool. Kommt jemand? Kommt cooler, wenn wir dann zu dritt nach aus dem Auto steigen. Ich biete euch eine Million, kommt. Er bietet eine Million. Okay. Wenn wir das nicht bekommen, wie ist es hingewerichtet. Warte mal, ich schreibe dir das mal per Telefon. Ich schreibe dir das mal per Telefon. Dann fliege ich bei den anderen mit, kommt cooler. Wo ist denn die heutige Dreck-Staatsbank? Ach, zentral. Wo ist denn die Bank? Ach, da ist die Staatsbank. Ja, neben dem Airport da. Ja, das muss man doch erstmal finden. Sonst ist es mal blau markiert gewesen. Weißt du, Ivan, das in jeder Kuppel ist ein Tresor, ne? Alle jetzt hier drin, die hier rein wollten. Ivan? Bin bei euch. Ivan? Ivan? Was denn? In jeder Kuppel ist ein Tresor. Ja. Echt? In jeder Kuppel ist ein Tresor. Ja, die haben es schwerer gemacht, damit die Polizei das nicht so leicht hat. Also kannst du dir eine Kuppel aussuchen. Alles klar. Dieser Kack-Heli ist so laut, ich muss den Shift-P machen und jetzt hört man unsere Stimme richtig laut. Aber den Heli dafür gar nicht mehr. Da unten fliegt der, ich sehe schon gleich so ein Lichtblitz. Ja, genau. Da geht er doch unter. Hättest du wohl gern. Ja, fliegst du so flach, ne, dass der Blister dich erwischt. Ja, genau. Ey, das musst du mal probieren. Hedi-Kopf, der wurde geblitzt. Ganz vorsichtig, nicht, dass da schon einer die Idee hat, weißt du? Danke, wo sollen wir den Heli-Landen in der Nähe von der Stadt? Ja, am besten da so hinter der Stadt, wo die grünen Bäume da siehst. Siehst du was? Ja, ja. Müssen wir ein Stück laufen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das klingelt schon. Was? Was klingelt? Das ist nicht der Alarm? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir sind nur drüber geflogen, jetzt macht man nicht gleich so einen Alarm. Ja, weil Ivan da gelandet ist, glaube ich, ne? Noch nicht? Oder zu niedrig da rüber geflogen ist. Wir sind da rüber geflogen, wir sind die Einzigen, die da rüber geflogen sind. Ja, hast du ja schon auch das Klingeln gehört. Sert ihr hier mit einem Einmann-Heli? Nein. Weißt du? Was ist? Dann habe ich Besuch. Wie Besuch. Von wem? Welche ist ein Little Bird? Seid ihr das? Nein. Das ist Hassan. Der ist doch da hinten, wir sehen noch seine Markierung. Der soll abhauen. Das ist Hassan. Ich kann ihn ansetzen, antreffen, das ist Hassan. Ja, da ganz, ganz hinten. Nicht ganz, ganz hinten, genau. Der ist über mir, der landet jetzt. Der ist jetzt, der ist da hinten bei Ivan. Ach, der Hassan? Ne, ich dachte mal, es ist ein Black-Dings hier, der bei uns in Security-Mind ist. Der Hassan, äh, der hat den Namen, Hassan. Ja, ja, der Hassan von der Polizei, da. Was ist jetzt, Ivan? Ich muss den Hassan schnell schreiben. Du schreibst mir, wenn ich abdrehe, wieder abgeschossen. Ich habe geschickt, wie weiter. Wir landen hier hinten. Nice. Wie gesagt, wir sind engagiert worden von Ivan, also von Olof so gesehen. Und weil wir nicht so viel mit der Polizei zu tun haben, dürfen wir auch Ivan helfen. Auch wenn es um den Bank überfallen geht. Ein bisschen korrupter halt, ne? Wir machen auch Hinrichtungen oder sowas. Haben wir jetzt angeschossen. Bitte jetzt einmal springen, Daniel. Ich stehe nicht so auf Scheitel. Achso, du stehst nicht auf deine Schaue, schade. Und wo sind die Tresore? In den Kuppeln. In jeden. Du kannst da eine Kuppel aussuchen. Da musst du erst mal mit einem Bolzenschneider die Tür öffnen. So, dann rücken wir mal vor. Und den Rest kennst du ja, Dynamit annehmen, ne? Tresor oder was auch immer da drin steht. Der landet nicht, der Sack. Der fliegt aber auch nicht weg. Er darf hier normalerweise nicht drüber hovern. Das ist eigentlich nicht Roleplay. Weil du ja erst mal den Alarm auslösen musst, dass er überhaupt jetzt erst herkommen muss. Irgendwie wusste der ja, dass du hierher kommen würdest, oder? Warte mal, wenn er auf der Stelle steht, können wir ihn gut abknallen. Er kommt runter. Er kommt runter, Ivan. Warte mal. Er sagt jetzt beide Snipergewehre. Sehe ich das richtig? Ja. Ich bin der Einzelste mit einer Sturmwaffe. Ich habe auch einen Revolver noch mit. Der fliegt nicht weg. Was mache ich denn jetzt? Der ist aber jetzt runtergekommen, ne? Hast du ihn geschrieben? Hast du ihn geschrieben? Ich habe geschrieben, flieg weiter. Ja, jetzt ist er runtergekommen. Ist er runtergekommen, dann schreibst du ihn jetzt. Wenn er nicht geht, dann schießt du. Nein, das kann ich jetzt nicht schreiben. Warum nicht? Du siehst ihn nicht mehr, oder was? War du gerade dabei, bis das Tor zu eröffnen, richtig? Nein. Gleich den hier vorne, den ersten nimmst du? Er kommt langsam auf mich zugelaufen. Mhm.